Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Monstrum. Wir sind gerade relativ gut am Start für den Helikopter. Wir haben ja schon den Bolzenschneider gefunden. Wir haben, ach guck mal, hier ist ein kleiner Wecker. Ach, den kann ich nicht mitnehmen. Egal, wir haben ja das Radio. Wir haben ja den Bolzenschneider gefunden. Schlüssel habe ich jetzt auch gefunden. Und wenn ich mich nicht ganz irre, brauchen wir eigentlich nur noch Benzin. Hoffe ich mal. Also ich weiß es jetzt nicht genau. Oh Mann, Kamera. Benzin, 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 Benzin. Schnauze. Schnauze. Warte. Ist besetzt. So. Ist hier ein Spind? Spind wäre mir eigentlich lieber. Ne, dann bleibe ich unterm Tisch. So. Sieht mich bestimmt keiner. Ist auch nicht auffällig oder so. Zum Glück. Boah, ich muss gerade mega pissen. Wenn jetzt irgendwas um die Ecke gescheißert kommt, dann bin ich nass. Dann habe ich hier einen Whirlpool im Keller. Einen sehr warmen Whirlpool, will ich mal kurz angemerkt haben. Ich darf nicht so viel Energy vorher trinken. Das ist, glaube ich, nicht gut. Blöde Kamera, Alter. Scheiße. Guten Tag. Kommen Sie rein. Können Sie rauskommen? Ich habe doch abgeschlossen. Wie hat er das denn aufgemacht? Das ist ja ein Geist. Kann er bestimmt von, von, so mit magischen Kräften dann bestimmt. Jetzt macht er die Tür auf und kommt nicht rein. Komm rein. Das zieht hier. Wird kalt. Ich will mir keine Erkältung holen. Hm? Was ist denn das gewesen? Lichter gehen alle wieder an? Schnauze. Oh, diese blöde Kamera. Okay, genau. Komm, sieh. Oh. Jetzt habe ich den Moment wieder verpasst. Na, super. Klappe. Ach, genau. Hier war die Eieruhr. So, waren wir hier schon gewesen? Sieht nicht so aus. Komm, bitte Benzin, Benzin. Ich will Benzin, bitte. Was ist das? Ach so, eine Tasche. Jetzt können wir mir mitnehmen. Ey, cool. Ist ja auch nice. Geil. Finde ich coole Idee. Nette Idee. Schön, schön. Mette ist denn. Oh nee, das sind die Lichter. Das bedeutet, unser Freund ist wieder in der Nähe, glaube ich. Versteck mich mal ganz kurz. Oh, süß, so richtig. Ja. Hier, da ist er doch. Ich höre ihn doch schon. Ich höre ihn da rumgräuchen und räuchen und heucheln und was auch immer. Also, ich hoffe wirklich, dass es nur noch Benzin ist. Wenn es noch mehr ist, dann, ich wüsste nicht, wie, was noch fehlen würde. Weil wir haben doch... Hm. Stand das hier nicht irgendwo drin? Ich habe keine Ahnung. Ich meinte, wir hätten hier einen Zettel gehabt, wo das alles drauf stand, was wir brauchen. Aber erschrocken habe ich mich in der Aufnahme bis jetzt auch noch nicht so wirklich, ne? Naja. Licht ist immer noch am Flackern. Hm. Scheiße. Waren wir hier? Hier waren wir schon, ja. Ich habe gerade... Ah, nee. Lass mal. Habe ihn gerade gesehen. Habe ihn gerade schon leuchten gesehen. Dieser lila Schein da um ihn herum. Kann man sich unter dem Bett verstecken? Denke nicht, ne? Ja, wenn er jetzt hier reinkommt, dann sind wir gearscht. Komm, mach die Tür zu. So. Alter, ey. Komm, Benzin, 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 Benzin. Ein klein wenig Benzin für mich. Ach, hier waren wir schon drin gewesen. Ach so. Die Klappe, ey. Okay. Ich gehe mal ein Deck höher. Ich weiß aber nicht, ob wir da überhaupt was finden. Benzin, 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 Benzin. Das war knapp. Das hat das nicht gehört, ne? Die ist düt, 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 erst, wenn das immer Alarm schlägt. Wie machen wir das? Dann müssen wir schnell langkuschen, ne? Mach ich, wenn der in die andere Richtung guckt. Oh, ja. Meine Fresse. Ist ja gut. Chill mal deine Nuggets, Alter. Oh, der leckt immer so, wenn ich hier lang renne. Wenn du an den Kameras noch mal lang willst. Unfassbar sowas. So. Mach den Spind auf. Wir haben gute Chancen. Sehr gute Chancen. Chancen. Oh, was? Leckt der denn? Ja, komm, Alter. Ey, dieses Spiel. Wirklich. Ja, macht er wieder einen Machtmove, Alter. Was ist los da auf Vader? Mit seinen kleinen Stummelbeinchen da, ey. Gottes Willen. Ey, da kommt der wieder um den dickigen Scheiß. Natürlich. Steht er da plötzlich. Hallo, Ibims. Eins Geist. Das Spiel, ne? Okay, das ist... Ist echt unfassbar. Da bist du so gut am Start, das... Oh, das ist einfach so gemein, wirklich. Das ist so mies, einfach nur. Jetzt ist die Frage, ähm... Ich müsste jetzt noch ein bisschen aufnehmen, weil sonst wäre das, glaube ich, nur eine 10-Minuten-Folge. Nicht mal. Nicht mal. Ja, komm, machen wir ein neues Game. Spielen wir noch ein bisschen und dann mal gucken. Ich nehme jetzt schon über eine Stunde auf. Das ist jetzt einfach das Problemo dabei. Aber ich will jetzt auch keine Minifolge raushauen. Das ist eben halt die Sache. Oder ich mache eine lange Folge. Aber das wäre zu lang. Das wäre eine halbe Stunde, glaube ich. Komm, wir spielen jetzt einfach noch eine Runde. Wir spielen jetzt einfach noch eine Runde und schauen einfach mal. Ich trinke noch mal kurz was. So. Da sind wir wieder. Diesmal starten wir anscheinend nicht auf dem Klo. wo ist denn das Feuerzeug? Stattdessen kriegen wir heute anscheinend wohl einen Glowstick. Warte mal. Jetzt will ich mal ganz kurz schauen. Hm, keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten da irgendwo eine Liste mal gehabt. Oder es alles drauf stand, was man braucht. Naja. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Das Spiel hasst mich einfach. Das lässt mich nicht gewinnen. Du bist so mega gut am Start und dann... Richtig gemein. Richtig mies. Okay, hier ist das Treppenhaus. Guck mal, jetzt fang ich schon an zu laufen, weil ich so mega ungeduldig bin. Ach, guck mal, hier ist ein Feuerzeug. Nehmen wir mit. Guck mal, wir haben sogar einen Rucksack gefunden. Wir haben sogar eben einen Rucksack gefunden, ey. Ist echt ärgerlich sowas. Ist richtig ärgerlich. Ansonsten vielleicht kann mir jemand in den Kommentaren nochmal verraten, was man denn genau für was braucht. Guck mal, das findest du auch immer in Mengen, ne? Hier, Duct Tape. Huhu. Guck mal, was ist denn in den Schubladen hier? Nö. Da ist nisch drinne. Machen wir mal weiter. Ach, von hier sind wir gekommen. Gut. Ich habe mich gerade schon gewundert. Warum ist da schon wieder eine Tür auf? Wer war das? Wer könnte dies gewesen sein? Hier muss doch irgendwo wieder eine Sicherung. Ah, hier siehst du. Guck mal. Machen wir mal ganz kurz den auf. Und ich nehme mal ganz kurz das in die Hand. So. Tür ist offen. Normalerweise findet man hier immer echt geile Sachen. Wie zum Beispiel ein Radio, das diesmal leider nicht mit dabei ist. Schade. Aber wir bekommen den Helikopterschlüssel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Aufnahme-Session, die ich hier mache, ist schon viel zu lang. Sonst glaube ich, ich glaube ich mache das so, dass ich die Folgen dann hin und wieder mal hochladen werde. Aber hin und wieder. Wenn ich mal gerade Bock habe. Ne, hier mussten wir lang, ne? Dann habe ich aber erstmal wenigstens ein paar. Achso, ich dachte, man kann hier irgendwann am Schraubstock was machen. Das war aber nur der Lichtschalter gewesen. War mich eben nicht schon drin, ne? Oder ist es einfach nur... Scheint wohl einfach nur, äh... Quasi derselbe Raum an einer anderen Stelle zu sein. Gut, gut. Gut. Hier waren wir gerade eben. Dann gehen wir hier mal weiter. Ach, guck mal, hier ist auch schon Treppenhaus. Es wäre schön, wenn wir mal wieder den Golem hätten, ne? Der ist mir immer noch am liebsten. Ach, hier geht es nach draußen. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal... Ah, ne. Wenn wir jetzt nämlich wieder runter gehen... Dann sind wir da wieder auf der Etage vom U-Boot. Und ich mag die Etage nicht. Weil hier die Viecher meistens immer ein bisschen rumlungern. Oh, ne. Da flackert doch schon wieder Licht. Klappe, Alter. Hab mich gerade ein bisschen verjagt, tatsächlich. Ein Klo-Stick. Hey, super. Ich mach mal wieder ein Spind auf. Spind auf, danke. So. Es ist doch locker wieder der Geist, ne? Es ist doch locker wieder der Geist. Ja, ja. Ist ja gut. Es hat sich ausgesprüht. So. Ha. Dann können wir ja... Wir haben ja immer noch die, ähm... Sub-Batterie. Die Abonnenten-Batterie. Die können wir dann ja gleich mal beim U-Boot einfügen. Also, ich glaub nicht, dass wir mit dem U-Boot fliehen werden. Aber man kann's ja trotzdem mal versuchen. Wer nicht versucht, der nicht gewinnt. Oder, ne. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So war das. Das Ding da weg. Das versperrt mir hier voll die Sicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier überhaupt was findet in den... Ich glaube nicht. Sieht auch ein bisschen aus, als ob hier Tilly-Wittler einmal durchgerollt wär. Die kann man nicht aufmachen. Ne. Ist ja auch das Gitter im Weg. Wär auch cool. Wo ist denn das U-Boot eigentlich? Das muss hier ja auch irgendwo sein. Das war hier ja auch irgendwo gewesen. Hier, ne? Nö. Hier ist Treppenhaus. Überall diese kaputten Rohre hier. Oh, das war knapp gewesen. Ich hab schon kurz überlegt. Na, das war jetzt eine dumme Idee, aber hat nochmal gerade so funktioniert. Zum Glück. Da wird noch gesprüht. Was bedeutet, da waren wir noch nicht gewesen? Hier ist auch noch eine Tür. Eine Tür. Elikopterschlüssel. Bolzenschneider. Ich will Benzin. Das werfe ich dir mal weg. Hier. Schenke ich dem Monster. Schauen wir mal in die Schubladen. Da wird eh nichts dran sein. Nein. Ist schon locker wieder der Geist, ob das hier am Flackern wieder ist. Haben wir noch eine Fuse? Nee, haben wir nicht. Schade, schade, Marmelade. Aber so ist es eben halt, ne? Gehen wir hier mal weiter. Ich hab repariert. Ah, hier waren wir schon gewesen. Gut, dann. Ich glaub, von hier sind wir auch rumgekommen, ne? Kann das sein? Müsste hier eigentlich irgendwo das Treppenhaus sein. Tatsache. Ich geh mal weiter nach unten. Okay, das war unsere Schritte. Ich wollt grad sagen. Äh, ich glaub, ich glaub, das U-Boot war hier auf der Etage irgendwo gewesen, ne? Ein weiter unten. Tatsache, hier. Hier, siehste. So, dann fügen wir das Teil hier gleich schon mal ein. So, einmal. Drinne, das Ding. Joa, ansonsten. Weiß ich nicht, ob man hier noch was finden kann. Man kann's ja mal versuchen. Guck mal, hier sind ja überall noch. Benzin wär jetzt geil. Ein bisschen Benzin, bitte. Ich war doch so lieb gewesen. Hier geht's wieder zum U-Boot. Hier ist wieder, äh, ein Treppenhaus. Da brauchen wir aber nicht hin. Hm. Ja, 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 ja. Ist ja gut, mein Junge. So, mach mal zu hier. Die, 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 die. Ha! Hier ist der ein weiterer Raum. Der, nö, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Nö, nö, nö. Ich weiß gar nicht. Findet man da überhaupt was in den... Hab ja, glaub ich, schon mal gefragt, ob man da in den, ähm, Containern überhaupt was findet. Ich glaube, Glowsticks und sowas, aber diese anderen Sachen weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jetzt sind wir schon wieder hier. Ach, wir können ja auch springen. Ach, hier können wir hochklettern. So, einmal hoch da. Zack. Yes. So. 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 Vielen Dank.